Komm raus, wo auch du bist! Da braucht der Mutti wieder noch ein bisschen Abo, dann würde ich sagen, viel Spaß mit der Folge und jetzt noch mit dem Intro. Oh Scheiße. Möchleer Launch geteilt. So, was nehmen wir denn? Wir nehmen heute natürlich mal die Verlangsamung. Ja, doch. Verdeckter Angriff, genau. Kostet kein Mana mehr und verlangsamt umso stärker. Wo wollen wir die Speed nehmen mit Mana? Na, ich überleg's mal noch. Als Gegner haben wir Gul'dan, Rexha, Malfurion, Sagara und Hensu. Mit Sagara könnten wir eigentlich theoretisch schön nochmal sneaken. Fünf, vier, drei, zwei, wenn unser Team mitmacht. Ein bisschen rumganken. Dann würde ich sagen, wir nehmen doch den Schuss. So, Hensu, komm, mach mal dein Nova suchen. Nö, mach doch nicht. Warum nicht? Wo ist Hensu? Schön noch ein Healer. Und da ist der Hiddo gleich tot. Sehr gut, er splaut. Den geben wir auch noch in der Mitte. Dann geben wir Hensu in der Mitte. Da bin ich weg. So, und dann gehen wir ganken nach dem Heal. Sofort runter zu Sagara. Natürlich müssten wir auch zu Rexha. Hm. Ich solo? Nee, try it. Du bist stark, ich schaff's das. Den sneaken wir jetzt, komm. Ah, verfehlt. Die alten Schreine erwachen. Kontrolliert sie. Und setzt den Drachenlitter frei. Ist er noch da, ist er noch da. Komm, ich brauche die Heal. Er ist noch frei. Er ist noch da. Kriegen wir nicht. Geh zurück. Und verlieren wir ordentlich. Ich brauche hier. Gucken wir mal, was wir bei Hensu machen können. Aktiviert die Schreine jetzt. Dann gehört die Macht des Drachen euch. Nicht so viel. Ich muss zum Heiler. Ich brauche mir den Kiel. Zurück will ich jetzt noch nicht gehen. Was ist denn hier unten los? Was ist denn hier unten los? Vorsicht, Funkelchen, geh nicht zu nah ran. Ich bleibe Purrometer, kommt der Tank. So, ich bin weggekommen. Heal ist erst in 18 Sekunden ready. Geht's auch gar nicht hier. Hohler-Trappe. Kein Heal mehr für mich. Wir haben viel Heal und natürlich auch viel ringsherum. Ich muss weg. Ich muss mich erst mal zurückziehen. Hilft alles nichts. Unten wir zu starken Push. Bin unterwegs, komme. Bestätigt. Aber wir haben halt viel Selbstheal. Und wir sind eins behind. So, den Hammer. Aber jetzt treppe ich endlich mal wieder. Komm auch. Kriegt auch noch einen Schuss ab. Sehr gut. Das kriege ich hin. So, los, Zagara. Du willst doch sterben. Wir haben alles. Okay. So, die ist auch tot. Genau, wie es sein solltet. Funkelchen Portet nach oben. Das ist einmal frei. So, den müssen wir jetzt noch kriegen. Ja, schade. Mit müssen wir ein bisschen gucken. So, was nehmen wir? Wir nehmen natürlich das. Mehr Damage ist immer gut. Da wollen wir drinnen hocken. Na klar, hat mich voll erwischt. Ich brauche Heilung. Schnell zurück. Um uns. Um uns nicht. Na, fuck. Das war nicht gut. So, was geht hier unten. Sieht okay aus. Halt mal. Hier, um es doch hier. So, wir müssen mehr auf Zagara gehen. Wir brauchen Kills. Ich werde dann als Ulti, nehme ich dann den 3er-Pack. Weil es hat eigentlich keiner irgendwie einen Block oder sowas. Ja, das schaffst du nicht alleine. Schaffst du einfach nicht. Noch nicht. Wo ist Zagara? Zagara ist in der Mitte. Zagara push nur. Wir sind ausgescheitert. Das kriege ich hin. Gibt's doch nicht hier. Ich treffe nicht. Oben gibt's Ärger. Die ist tot. Definitiv tot. Brauche ich gar nicht hingehen. Schade, hab ich geschafft. Get the Dragonair. Du brauchst eigentlich bei der Map auch nicht einmal den Dragon bekommen. Das geht doch ohne. Wir sind 10 und dürfen nicht fighten, Jungs. Nicht fighten. Wir brauchen erst 10, dann können wir fighten. Drücker aus. Danke fürs Heide. Können wir nicht mehr verhindern. Ja wirklich, jetzt sagt sie wirklich. Da komm halt mit, Mann. Ne, du gehst top. So, mit dem Dragon ein bisschen schießen. Kuldan ein bisschen schießen. Dreier packen die. Läuft noch nicht so gut, hat aber noch nichts zu heißen. Ja, er macht einen Bodyblock. Kann ich noch nicht machen. Ich muss mein Ulti noch sparen. So, der ist tot. Ab 20 da rockt die Nova richtig. Also so wie ich die spiele, da macht die so viel Damage dann mit den Holo-Altrappen. Wir gehen zurück, wir brauchen Mana. Haben ein Camp bekommen und es wurde fast dauernd, es geht immer noch. Epitechnisch sind wir fast wieder gleich, es ist okay. Nur unser kleiner Cassia, die meckert ein bisschen rum. Ja, da weißt du immer gleich, wo ich bin. Was soll denn das? Sieht mich sofort. Fail, egal. So, ich geh hoch. Wollen wir uns den halt noch. Den holen wir uns los, den kriegen wir noch. So, pushen wir hier weiter los, die Jungs. Pushen. Oh, Bot braucht Hilfe. Camp Trade, egal. Oh je, netz vor und putzen. Ein Schuss, ein Treffer. So, da haben wir ordentlich gerockt. Die können wir auch noch bekommen. Und wieder zurück. Wir nehmen die erhöhte Reichweite und das Mana zurückbekommen, ist immer gut. Sagara macht nur Camps, das ist nicht so geil. Ich kehre zur Stadt zurück. Müssen wir ein bisschen hinein. Macht sie unser Camp noch? Nö. Aber ich könnte mir vorstellen, die macht ganz unten das Camp. Nein, mach's auch nicht. Wo ist sie denn? Sagara, ich such dich. Hallo. Ah, da ist sie mit lane. Schnell einnehmen, Bot lane. Oder mithelfen. Irgendwo streuen wir uns Herrn zu rum. Ziel wird ausgeschaltet. Immer weiter so schön zu helfen. Wir sind halt nicht zu fünft. Warum nicht? Weil wir nicht zu fünft gehen. Jetzt kommt sie. So. Können wir gerne nochmal hüten. Kriegen wir auch nicht, oder was? Kriegen wir nicht. Gibt's nicht. Hier bekommen wir einfach keinen. Weil wir nicht zu fünft kämpfen. Wir müssen zu fünft fighten. Kann ja nicht weg. Kann ja einfach nicht weg. Schnell weg, schnell weg, schnell weg. Ja, Krumi macht doch kein Damage, Alter. Krumi, 10.000 Damage. Was ist denn das? Gute Krumi hat mindestens so viel wie ich. 25k. Krumi, Krumi, Krumi. Und jetzt geht wieder nur einzeln rein. Krumi, du musst Damage machen. Das ist zu wenig. Wir brauchen Level 16. Vorsicht, Jungs, kommen alle. Das ist schlecht. So, ich bin weg. Schaffe ich noch, schaffe ich noch. Ich komme weg. Also tot. Oh, das Spiel läuft nicht gut, Jungs. Das läuft gar nicht gut. Ich muss mich erst mal zurückziehen. Wer ist mein Team? Ja, du bist viel zu spät, Junge. Da musst du mal Minimap gucken. Dann wisst du, wo dein Team ist. Ja, 18 zu 15. Das ist vorbei. Theoretisch. Von euch wird nichts als Asche übrig bleiben. Ich kann alles tun. Oh, jeder macht's doch halt. Dann mach doch mal alles. Wir haben halt Krumi, die zu wenig Damage macht. Wir haben halt Krumi, die zu wenig Damage macht. Wir müssen auch die Camps halten. Und hier, mein Bot. Kann ich auch nicht erinnern. Weil die nicht als fünf Kämpfe motivieren, nicht als fünf. Die, ja. So. Brauch unbedingt 20. Brauchen EP, Jungs. Einer muss top. Das ist halt Quick Match, das ist halt echt. Da hast du immer Team, da hast du kein Team, da hast du kein Team, da hast du kein Team. Und in erster Zeit ist das Quick Match eh ein bisschen irgendwie verpackt, finde ich. Da kriegt man manchmal gegen zwei Supports. Kann man gar nicht schaffen. Genau, ja, ich bin ein bisschen. Ich bin ein bisschen. Ich bin ein bisschen. Ich bin ein bisschen. der schwein wurde hier ist fast da und ist fast da und ist fast da und ist fast da und ist da hier ich muss zurück oder ein level behind also dahinter dann läuft es besser theoretisch müssen nur noch ein bisschen ipv genau nimmt die objekte objekte ein aber wenn wir mal alle kämen und er ist wieder tot spruch diesmal nicht und alle drei tot pecher waschen sie jetzt durch scheint so schnell zurück porten und bei dem sie eben trägt ein ist egal also diese mut haben nämlich immer nur fokuss so und zurück das sieht nicht gut aus die runde ich denke mal das wir verlieren das haben sie wieder und treten kommen kasse bringen spruch los komm laulola los du es das ist nicht nur die müssen um den kündigen wenn ich hier der mit raus puste ein bisschen fokus mal hinten und kommt ja doch hier kommen herzumann die range die kriegt ein ja um die 31.000 damage ist zu wenig gg würde ich sagen das war nicht so eine geile runde aber zum überreicht ein bisschen quick match ich würde sagen tschüssi mit einer niederlage